den ib die arme die beine sind wir ziemlich schnell unterwegs würde ich mal behaupten ich habe allgemein aber auch fast schon gut gehört dann würde ich mal einbauen wir sagen wir möchten wenn man schon mal schnell sind also wirklich schnell auch mal jemanden vor der nahe angriff dann braucht man sich hier rein und dann müssen wir gucken der angriff heißt auch wir brauchen was anderes mal wie wäre es denn mit dicht zu einem kopf haben jetzt überhaupt sich kugelt als zum und dran ist diese pistole ja gewähr eine schrotflinte schlecht und wenn der hat was und die ja klinge dass wir jetzt auch mal interessant zwei zu spielen dazu machen wir eine sichtwellenkanone wird immer genialer und wir sagen hier wir möchten bitte die kanonik im oben noch lassen den helm das haben wir das auch kommt damit alles benötigen mich so richtig sie haben wir noch nicht hier ich kein chip davon habe ok die zwei waffen sind klar aber hier haben wir noch eine handwaffe sind die große knarre aber damit kann man schon unterwegs sein und kann das ganze mal ausprobieren wir kaufen mal ein oder haben wir hier eine rwaffe noch drin ich glaube eher weniger die sind wieder andere ok hätte hätte er sein können hätte er sein können die chips und die chips nein wir sind mit dem als zufrieden für moment und ich würde sagen wir können direkt weitermachen mission starten hat sich zu stören oh man ok lasst uns starten ich habe ein job für euch 621 das ist eine open call von der Balaam Group eine der corporatischen forcesen occupierenden Rubikon die rupikon liberation fronten hat die bauwse artillerie throughout the contaminated city die city itself has no strategic value we cannot allow them to hinder expansion of the coral survey bin ich wie cool aber so ist wir können damit durchlegen eigentlich sind wir ja schon quasi schon viel zu gut mit unserer ausrichtung für so eine mission aber was soll's was soll's legen wir los und dann sieht er so eine maschine wie mich hier durchlaufen und sich auch denken what the hell aber auch bitte was geht denn hier jetzt ab was lustig ist lustig kann man das spiel mehrfach durch spielen wie gesagt wir haben verschiedene entscheidungen getroffen im spiel und er hat natürlich verschiedene enden dann verschiedene missionen kommen dann noch auf uns zu wir haben noch zu tun so richtig 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 schade ist nix nämlich auch so meine umgebung mal rum zu gucken ob man noch irgendwas hier finden können oder eher weniger oder eher weniger wuhu wunderbar oha das ging aber hallöchen aber auch hey du kommst mal kurz kommst mal kurz her wollte ich gerade sagen die klinge ist interessant die klinge ist mir jetzt interessant wir können hier einiges auslöschen wir haben genug punkte wir haben genug von allem übrig hier ist nichts schade Wir werden schon noch ein paar Geheimnisse finden Da glaube ich dran Und Bingo Einmal Was, 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 was So einfach geht das Haben wir hier oben noch etwas Komm schon Da irgendwie Hier vielleicht Da Durfte ich überhaupt hier sein Ist natürlich nächste Frage Darf Ah Wie weit jetzt hier darf ich gar nicht sein Da ist aber nix Da ist auch nix Dann gehen wir nochmal rein ins Wrack Das ist quasi die Mission Zur Erkundung wo wir was finden können Du warst die Abstandsstelle Genau Jetzt sind hier reingekommen und hier Ah ok wir kommen hier durch Das ist schon meine Sache Aber sonst nichts aus Wir finden da oben was Uh Komm schon Ich bin den ganzen Weg geklärt und finde hier nichts Oh manometer Das ist ja langweilig Das ist ja langweilig ist das hier Ok Muss ja auch nicht immer was finden Muss ja auch nicht immer was finden Oh manometer War grad sag'n Hi So schnell kann es gehen wir machen einfach alle kaputt es passt schon die haben keine überlebensschutz aber sowas überhaupt gar nicht ja die sind schon wieder am jüngeln hier unten ok dann haben wir auch noch was gucken wir doch mal einmal so und einmal so rum junge 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 guten tag einen rücken eingeschossen denn warum nicht was wir hier gehabt der ist ja strahlen genau das war noch was das war halt was weg mit dir schon gefunden schon gefunden weg mit dir oder so kann sag ich auch nicht nein dazu wo ist ja da ist einer wo zum böse ganz ganz böse wo ist der andere gewesen da oben passt ist wahrscheinlich mehr wert als er selber aber so ist guten tag und hier noch ein bisschen kaputt machen habt ihr hier irgendwas versteckt vor mir wo die kiste irgendetwas nein schade außer da drinnen auch nichts hallo aber auch wunderbar einmal erledigt hey hey kollegen au ok können wir machen können wir machen und bingo wunderbar die ne ja 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 komm 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 es ist einfach nur cool aus und noch mal ein helikopter kaputt machen mein kohle brauchen wir so so kohle brauchen wir sowas von oh oh dankeschön weg mit uns können ja macht nur alles kaputt alles gut alles gut ach keine ahnung was ich jetzt abgeschossen hatte wo zum hänger kommt hinten auf einmal her ok oh gott im hi hey kollegen ähm da ist auch noch einer oben ok ok warum nicht zumindest hier mal einmal rumlau äh nein und nein au wow ernsthaft 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 sonst noch irgendwo irgendjemand gerade ich meine wenn wir schon mal bei einer massen zur störung sind ist es die story haben wir hinter uns gebracht das ist ja alles in ordnung aber ich möchte wirklich huhu einmal nach da oben gucken ich habe da hinten was entdeckt eventuell ja vielleicht auch hier guck mal bei beiden sachen lang haben wir hier irgendwas ich meine ich werde nicht aufgehalten hier entlang zu laufen ah ok doch hier ist aber nichts weiter alles klar dann schauen wir ob wir nach oben kommen ja das wird so jetzt nichts es wird so nix aber auch noch bis jetzt schubkraft und jetzt da aufwärtsschub ist es noch brauchen und 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 ah ok dann müssen wir es auf zwei mal machen hilft ja alles nichts ja da steht ja nichts und äh sich aber auch ja schau mal hier haben wir sogar noch katapult zum hochschießen ah weil wir da ja eh hin müssen ok verstehe verstehe ich gehe schon wieder voraus ich darf was da vielleicht irgendwie ich möchte einfach bloß mehr geheimnisse finden das ist gerade das worauf ich es abgesehen habe gebe ich auch und ehrlich zu und bumm und bumm naja das passt schon noch einmal genug übrig von dem ganzen und wupp auch jetzt hafte da nie mehr kaputt schießen auch komm schon ok dann so viel zu dem thema das haben wir noch jeden monos gehabt bekommen und das ging ja nicht der schnellste auf der welt aber was so ist wir wollen die maps jetzt ein bisschen erkunden jetzt haben wir die feuer power um sowas machen zu können ja das war abzusehen dann noch einmal einsatz mal ach genau ich wollte mal gucken arena ne die ganzen sachen habe ich bereits schade wie bekomme ich noch mehr ost sachen dann das ist jetzt die große frage weil ich möchte eigentlich schon noch mehr ost sachen haben ach schade ok raste aufräumen das ist einfach ich bin mal so frei und es gibt das ganze weil die mission kennen wir bereits also wenn wir so eine mission schon mal gemacht haben dann brauche ich da quasi nicht mehr hin machen weil ich ja quasi alter schuh kennt jeder bei erneuerung wiederum lasse ich alles normal weiter laufen hast du schon getrunken das ist eine high performance maschine also holler die waldfee jetzt fehlt mir noch diese geile energiekanone das mache ich natürlich gleich nachdem ich mal kurz geguckt habe ob wir da hinten noch irgendwas bekommen können aber wenn das schon mal alles aufgebaut ist ich meine allgemein ist sie das wunderschön hier aus was aber es sieht wunderschön hier aus schade da ist ende also hier finden wir auch nichts schätzungsweise zumindest ist also irgendwo da unten ist noch was aber ja was soll es was soll es zu hoch soweit jetzt da und und aber auch möge dieses wunderbar diese wunderbar grittschaft rein lassen ja 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 tschüss und und paar jinga 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 jaja 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 ein bisschen muss ich trotzdem aufpassen so auf ein bisschenchen Warte, wo warst du? Wunderbar. Ah, wunderbar. Huiuiui, huiuiui, wunderbar. Das ist wie die Reinforcments. Eliminate sie. Vor die Kante in den Hintergeschossen. Wunderbar. Ähm, nein. Einfach nur nein an der Stelle. Und zack. Wurdest du? Ich sag nicht mehr dazu. Ich hab erstmal... Aber da geht's doch raus, da geht's doch raus. Ah, schade. Vielleicht wäre da auch was gewesen. Wer weiß, wer weiß. Bisschen Taschengelde zu bekommen. Okay, wir machen jetzt noch eine kleine Abänderung. Anstatt der Strotflinte bräuchte ich irgendwas, das bisschen besser schießt. Ähm... Jagewehr, ein Sturmgewehr? Warum nicht? Wir können doch mal gucken, ob wir da vielleicht doch ein bisschen was Besseres bekommen. Wir haben eine Million. Da muss doch ein besseres Sturmgewehr geben. Energiegewehr? Nein. Ein Jagewehr? Nein. Bisschen egal, was du machst, aber mehr Schaden. Ist mir ja nicht schlecht. Ein Maschinengewehr? Ratatunga, Ratatunga? Einfach nur, dass ich mehr Kugeln hab. Changcheng Maschinengewehr? Okay. Es gibt ein paar Sachen. Pistolen? 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 Feuerstoßpistole? Hmmm... Abwehrversteuer, Betäubung. Das sind die ganzen Energiesachen. Die brauchen wir jetzt netter. Okay, Raketen ist natürlich auch was. Ne, wir nehmen dann einfach... Warum nicht? Nimm dich hier. 75. Und wir gucken, dass ich direkt mal ausrüst. So zur Gaudi. Ähm... Hier. Zack. Ein Maschinengewehrchen. Damit sollte man doch relativ schnell und gut zurecht kommen. Das Bautruppschraub zerstören? Okay, machen wir doch. Ich habe einen Job für Sie, 621. Die Balaam-Gruppe hat eine Request. Das war nochmal... Raymond. Das Request kommt von Daupho. Das passt schon so weit. Genau, wir müssen einfach nur die Versorgungshelikopter vernichten. Das ist... Das geht schnell. Das ist ja kein Eck mehr. Wichtigste sind dann nur die neueren Aufgaben quasi. Hehehe. Ich habe den gerade... Ja, der Hubschraub ist in Luft habe ich... Ach... Das müssen... Doch, das müsste der Kassi-Mini ein Gegner sein, wo es hier gibt. Das sollten wir auch ziemlich schnell kaputt bekommen. Alles klar. Das machen wir eben gerne. Jetzt gucken wir aber erstmal. Ah, okay. Weiter jetzt hier kommen wir nicht mal. Alles klar, alles klar. Kommen wir denn da hoch? Ist gerade die wichtigere Frage. Okay. Wir kommen hier hoch. Okay. Hier ist aber leider nichts zu finden. Ah, das wäre jetzt zu perfekt gewesen. Vielleicht noch weiter da hinten. Wie weit können wir denn gehen? Er findet nichts. Oh, oh, oh. Da vielleicht noch was? Er lässt mich ziemlich weit hinter gehen. Das ist relativ merkwürdig, gebe ich zu. Ah, nur so weit hinter. Schade, schade, schade. Ist da irgendwas? Nein, auch nicht, auch nicht. Na ja, gut. Hätte ja sein können, dass wir hier doch nur irgendwas finden. Und bam, weg mit dir. Gut, dann rasten wir sie jetzt nieder. Wenn sie auch das denken, was zum Henke? Wo kommt der denn her? Und bingo. Ah, ist gut, alles gut. Guck mal. Können wir mal nach da unten gucken. Das wäre noch eine Option. Weil da stehen auch welche rum. Da stehen so einige sogar rum. Ja, das machen wir jetzt. Können wir erstmal da rüber. Oh, nachladen. Schön. Hat's ihn gewischt? Ihn hat's gewischt. Ja, zum Glück. Okay. Wo ist das? Oder so? Ähm. Keine Ahnung. Feuer frei. Dankeschön. Oh. Und bingo. Hm. Ach, das sind auch nur welche. Ganz... Ich hab mich ja ganz übersehen. Sorry, Leute. Danke, dass ihr gewalt habt. Das fand ich echt nett von euch. Macht nicht... Ui, Hallöchen. Macht nicht jeder. Weg mit dir. Ähm. Wasser ist voll frei. Und bingo. Weg mit dir. Haben wir hier noch irgendwas, wenn wir schon mal da sind? Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Ich soll nach da oben gehen. Was mach ich jetzt nicht? Wie gesagt, wir gehen erstmal nach unten. Wir gehen nach unten. Und ich hoffe nur, dass wir vielleicht noch irgendwas finden. Wenn ich jetzt schon wieder rausrenne, das ist auch im Bereich des Möglichen. So, halte ich ihn aber auch. Ähm. Du fällst schon mal weg. Ach, da oben kommen wir auch wieder. Alles kein Problem. Ach, da unten. Ja, Hallöchen aber auch. Hey. Ich muss sagen, das ganze Gebiet ist weg. Wo fände ich das sowieso ausschaut? Oh, Hallöchen aber auch. Radatonga. Er ist einfach nichts getroffen. Schade. Ah. Ah. Ist sonst noch irgendwo irgendjemand? Wir sind schon mal dabei. Okay, hier geht es nicht mehr weiter. Alles klar. Schon mal gut zu wissen. Wir können nur in die Richtung fliegen. Okay, okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Das könnte vielleicht was sein. Ah. Leider nicht. Leider nicht. Okay. Da geht es auch nicht mehr weiter. Wirst du mich veräppeln? Halt mich in der Bauch. Go. Oh. Ja, 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 ja. Nur keine Panik. Nur keine Panik. Au. Und ist da oben jemand? Schade, nein. Okay. Ich glaube, ich suche gerade an den falschen Stellen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber ich meine, Zerstörung ist Zerstörung. Was soll's. Und da geht es auch nicht mehr weiter. Okay. Dann will ich mal ganz stark behaupten. Auf dieser Karte. Moment. Gibt es nichts mehr? Oh, 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 oh. Eventuell. Wir sind ziemlich weit hinten gerade. Also, was siehst du jetzt hinten? Warum darf ich denn? Okay. Ich glaube, jetzt ziehst du es quasi. Ja, jetzt ziehst du es nach innen rein. Alles klar. Okay. Wir überledigen alles. Was soll's. Es kann ja nicht überall was zu finden sein. Sprache und such dir dennoch weiter. Denn er kann's. Und einmal nach da oben gucken. Das... Dafür haben wir zu wenig Energie. Rande. Es ist ja hier. Arbeiten wieder. Du, 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 du. Das Corel ist nicht mit uns. so weit hoch komme ich gar nicht so weit hoch komme ich doch gar auch halte ich noch auch war ich könnte ihn ignorieren aber ich könnte noch besiegen ist es was nicht was man machen kann ich in der bauch nein und bingo aber junge nicht mit mir ich wollte gerade sagen und bingo uns geht es gut wunderbar nicht beeindruckt wir sind noch vollkommen überport für das ganze aber so ist was soll es an der stelle das war schon kurz zu bekommen wunderbar uns fehlen immer diese extra kisten immer diese extra kisten schlimm ja die sind egal es gibt nichts wichtiges momentan das sind die anfangs aufgaben ich wollte gerade sagen es ist dankeschön heute als wunderbar aber nein einfach nur nein an der stelle aber ich muss sagen der börse gefällt mit sich so ganz überhaupt nicht sogar das normale sturmgewehr vielleicht noch was und wir können mal das fett ja was soll es wenn das maschinengewehr kostet ja nix genau macht zwei jahre schauen wir können ein bisschen mehr durch die gegend ballern das ist schon lustig das hat was das ist sie zu stören der eine es ist ein einziger ja gut was probieren muss man aus vielleicht gibt es auch in dem level was das wäre im bereich des möglichen auch wenn es bloß ein kleines areal ist kann ich mir recht gut vorstellen dass wir doch irgendwas finden hier es wäre praktisch was der anfang von der kistenserie so lebt keine panik ich muss noch mal gucken wo sind wir überhaupt wir sind hier da geht es nicht weiter aber wir sind hier oben sind kann man doch bestimmt kann man noch was wir können wir nicht so und schade hätte es sein könnte ja sein können das gebiet was wir schon davor klar gemacht haben können noch gucken ob es da hinten was gibt das wäre noch eine idee auch nicht weil es ist nur eine kleine arena so wie es ausschaut schade 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 außer wir finden hier noch was nein auch nicht mehr schade okay da ist nichts ich würde gerade sagen und bingo auch schade auch schade und noch meine klinge weg mit dir du kannst glaubst mir ich bin auch quasi technisch zu weit oben das ist ja unmöglich gewesen dass er mich da irgendwas gemacht hätte aber sowas unmöglich ich bin mal gespannt ob jetzt was neues kommt oder ob ich wirklich eine mission machen muss ich bin auch nicht mehr ich bin auch nicht mehr